Rebecca, die Europäische Kommission hat neue Vorschläge vorgestellt, was die Klimaziele zu 2030 angeht. Wie beurteilst du die? Das, was eigentlich notwendig wäre, das sagen Wissenschaftler, müsste so zwischen 55 Prozent und 60 Prozent weniger CO2 bis 2030 liegen, dass es nur 40 Prozent sind, die für Europa verankert werden, dass eine Erneuerbare und Effizienz, dass die entweder gar nicht vorkommen oder auf einer Linie verfolgt werden, die ist weniger als business as usual. Das ist bei den Erneuerbaren so. Das zeigt eben, dass hier der ganz große Ehrgeiz, den es vor zehn Jahren mal gegeben hat oder vor acht Jahren mal gegeben hat in Europa, dass der weg ist. Aber wir befinden uns mitten in einer riesigen Wirtschaftskrise. Man kann doch jetzt den Unternehmen nicht auch noch aufbürden, wissen, dass sie nur, um das Klima zu schützen, noch mehr und noch mehr und noch mehr tun müssen, was die Energieversorgung angeht. Also ist es nicht auch normal, dass man jetzt sagt, erst mal langsam hier? Also bisher haben in der Europäischen Union die energieintensiven Unternehmen in der Regel nicht gelitten unter Klimaschutz. Weite Teile der Wirtschaft haben die Emissionszertifikate einfach geschenkt bekommen. Die mussten sich nicht an Versteigerungen beteiligen. In Deutschland ist die ganze energieintensive Industrie und auch Industrie darüber hinaus ausgenommen worden von Belastungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Wenn man sich über einige Jahre die Entwicklung in Deutschland anguckt, zum Beispiel oder in Dänemark oder auch in anderen skandinavischen Ländern, Schweden oder in Spanien, es gibt ein unglaubliches Wachstumspotenzial für Wirtschaft und Beschäftigung im Bereich der Erneuerbaren und der Effizienz. Und das muss gehoben werden. Und für die Wirtschaft ist es eben wirklich besser, wenn man jetzt auf Innovationen setzt, auf diese zukunftsfähigen Technologien zu setzen. Die machen eben Sinn für den Klimaschutz, aber die machen auch Sinn aus einer ökonomischen Perspektive. Es gibt eine Technologie, die von der Europäischen Kommission als zukunftsfähig verkauft wird, nämlich das Schiefergas. Auch dazu gab es jetzt neue Vorschläge von der Kommission. Ist das nicht ein Weg, den man jetzt gehen könnte? Also genau an der Stelle sehen wir dann nochmal, was in der Europäischen Kommission im Moment für eine Strategie verfolgt wird. Da haben sich wirklich die beiden Männer Merkels durchgesetzt. Barroso, der dank Merkel Kommissionspräsident ist, Oettinger, der dank Merkel Energiekommissar ist. Beide sind Anhänger der alten Energiestrategie, des alten Energiemixes Kohle und Atom. Und wenn man sich jetzt die Entscheidung zu Schiefergas anguckt, die wollen einfach eine Verlängerung des fossilen Zeitalters mit Schiefergas. Versprechen, billige Energie dank Schiefergas, billige Strompreise dank Schiefergas und so weiter und so weiter. Wie soll das zustande kommen? Indem man auf jede Umweltregulierung für Schiefergasförderung, für Fracking verzichtet. Und die Folgen dafür, die werden hart sein, weil also schlechte unregulierte Schiefergasförderung kann man in den USA gut beobachten. Ist ausgesprochen klimaschädlich, ist umweltschädlich, ruiniert das Grundwasser. Und diese Risiken, ja, die sind Barroso und Oettinger eben lieber oder die haben da gar keine Bedenken, die gehen da rein in so eine Technologie, statt tatsächlich auf Erneuerbare zu setzen. Wie geht das jetzt weiter? Die Staats- und Regierungschefs wollen im März über die zukünftige Energie- und Klimapolitik entscheiden. Was erwartest du auch von der neuen großen Koalition in Berlin, ja, jetzt damit umzugehen? Also ich erwarte nicht nur von der deutschen Regierung, aber natürlich auch ganz besonders von der deutschen Regierung, dass sie sich für eine zukunftsfähige und risikoarme, klimafreundliche Energiestrategie der Europäischen Union einsetzen. Es kann nicht sein, dass die Energiewende nur in deutschen Grenzen gedacht wird. Es ist dann auch ein Stück weit zum Scheitern verurteilt. Es gibt für die Bundesregierung viele Gründe, ja, die anderen Europäer positiv abzuholen und eine zukunftsfähige, meiner Meinung nach eben eigentlich auch wirtschafts- und beschäftigungsfreundliche Entwicklung einzuleiten. Das geht aber nicht mit so einem unehrgeizigen Plan, der im Alten verharrt, wie er heute von Barroso und Hedegard vorgestellt worden ist. Dankeschön. Dankeschön.